Ayatollah Dr. Ramazani Die über die Arbeit der EGS wacht Unser Cheikh Mahmoud Khalilzade ist der Vorstandsvorsitzende Der, der im Vorstand die Arbeit vondran treibt und gedeckt wird von Dr. Ramazani Der nicht nur die höchste Instanz ist der Schiiten in Deutschland Sondern auch, oder gerade weil er der Vertreter von 17 Marajas ist Es ist uns eine besondere Ehre und wir freuen uns ganz besonders auf die Rede von Dr. Ramazani Ich bitte Bruderin Hadjizadeh hoch für die Übersetzung Und bitte Sie um ein kräftiges Salawat Im Namen Gottes des Canadiens Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi 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 Salallahu Salallahu Alhamdulillahi 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 Ich danke Ihnen für diese gute Aussage, die in dieser Regierung wurde aus der Präsidenten von der Präsidenten, der Präsidenten EGS, der Islam und Muslimen, der Herr Schleier, und der Präsidenten EGS, Ich möchte allen herzlich danken, dass sie gekommen sind. Ich möchte besonders herzlich danken für die Veranstaltung, also an die EGS, die es erstmals in diesem Bundesland verwirklicht, besonders den ersten Vorsitzenden, Herrn Cheikh Khalidzadeh und die anderen verehrten Mitglieder des Vorstands und insbesondere die Jugendlichen, die hier großen Beitrag geleistet haben. Ich hoffe, dass solche Veranstaltungen auch in anderen Bundesländern von der EGS für die Verwurzelung der schiitischen Gedanken weiter verwirklicht. Die Anwesenheit der Jugendlichen ist eine besondere Ehre und deren Anwesenheit natürlich erhöht unsere Verantwortung. Achtung. Die Gelehrten, sowohl die Gelehrten, die heute hier anwesend sind, aber auch die Gelehrten, die im Bereich Deutschlands leben, diese weiterhin dann ausführen und erläutern. An der Stelle ist es angebracht, dass ich die beiden große Festen gratuliere. Und zwar, dieses Fest ist ein Fest aller Muslime, weil dieses Ereignis zur Zeit des Propheten passierte. Dies ist nicht nur eine schiitische Interpretation, sondern auch von den anderen. ist es so interpretiert worden, weil dies ist eine Treuhendigkeit, die damals an den besten der Leute übertragen wurde. Der Prophet hat diese Aufgabe gehabt, die Botschaft Gottes zu erhalten und als Sprache des Korans diese an uns weiter zu vermitteln. Achtung. Achtung. Es ist ein sehr schweres, der Koran sagt, Dies ist eine sehr große, schwergewichtige Botschaft und Verantwortung, die dann aber nur an eine Person übertragen werden kann nach dem Propheten, der es würdig ist. Und gemäß auch der Überlieferungen von der Ahle Sunnah ist niemand anderes dies gewesen als Ali Yibnir Abi Talib. Nach dem Propheten, die der Koraner der Ahle beben, herrsch 45, Der Koran selbst sagt, dass es ein schwerer Buch ist und es ist sehr tiefgründig. Er spricht selbst davon, dass ich leuchtend bin und erleuchtet. Wir wissen, dass wir alle Koran verstehen. Wir müssen den Koran verstehen und verstehen den Koran. Und den Koran verstehen, dass wir den Koran verstehen. Als Beispiel wird angeführt, ein juristisches Schreiben. Ein juristisches Schreiben ist ein schwerer Text, der für einen Jurist ebenfalls vielleicht schwer ist, aber für die anderen besonders schwer. Der Koran ist das Gleiche. Der Koran kann man nicht sagen, ich verstehe jetzt alles. Es hat einen Weg, um dies zu verstehen. Man muss genau diesen Weg schreiten. Ich muss den Koran verstehen. Ich muss noch etwas anfügen, was ich vorhin vergessen habe. Und zwar, dieser Weg ist der Weg über Ahl al-Bait zum Koran. Ja, ich muss richtig übersetzen. Und der Koran selbst sagt, dass es der Weg der Rechtsleitung ist, des rechten Pfades ist. Und dieses kann dann nur richtig erreicht werden über den richtigen Weg, nämlich Ali ibn Abi Talib. Und der Koran ist der Koran, der Koran ist. Und der Koran ist wichtig, dass es der Koran nicht im Koran gibt. Es ist wohl richtig, dass der Name von Ali ibn Abi Talib nicht im Koran auftritt. Aber dies ist auch nicht notwendig. Denn in dem Koran werden seine Eigenschaften aufgezählt. Drei-hundert Pfadesen befassen sich mit Imam Ali ibn Abi Talib in dem Koran. Drei-hundert Pfadesen befassen. Drei-hundert Pfadesen. Drei-hundert Pfadesen. Drei-hundert Pfadesen. Wenn jemand die Ahlel-Beit nicht kennt und diese nicht besitzt, im Grunde genommen als seine Leuchte, wird er in der Kenntnis Gottes durchaus in Irrtum verfallen. Dies sind auch in den Bittgebieten erwähnt worden, nämlich wo es heißt, O Gott, lass uns Deine Zeugen und Beweis erkennen, denn wenn wir diese nicht erkennen, werden wir in Irrweg landen. Wir wissen, dass die Menschheit geschaffen wurde für ein bestimmtes Ziel und für das Erreichen dieses Ziels ist die Erkenntnis von Imam Ali ibn Abi Talib notwendig. Für das Erreichen des Ziels hat Gott zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist im Inneren und eine ist im Äußeren. Die innere Möglichkeit ist die Vernunft und die äußere Möglichkeit sind die Propheten, deren Erben und die Imamen. Er ist die Lande. In keiner Zeit hat es gegeben, dass es keinen Rechtleiter gab. Es gab immer entweder Propheten oder deren Erben. Und das war hier auch der Fall. Als der Prophet starb, gab es diese Erben und die waren zwölf Personen. Man kann man den Weg und die Erwärmung und die Erwärmung und die Erwärmung zurückkommen. Und dass die Erwärmung und die Erwärmung der Erwärmung nicht auf die Erwärmung und die Erwärmung nicht durch die Erde und die Erwärmung. Um das Ziel zu erreichen, brauchen wir Wissen, Weisheiten und diese Weisheiten können wir nur erreichen, indem wir durch das entsprechende Tor und Tür eintreten. Herr Präsident, diese Bibliothek ist, in all die Bibliothek und die Bibliothek sind, dass ich die Bibliothek und die Bibliothek ist. In den meisten sunnitischen Werken ist das dokumentiert, wo der Prophet sagt, ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist das Tor zu dieser. Ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist das Tor zu dieser. Nur einer kann diese Tour, diese Stadt sein. Und zwar einer, der unfehlbar markenlos ist. Und dies ist nach Aussagen, klaren Aussagen der Koranverse Ali ibn Abi Talib. Und das ist die Bibliothek. Und da 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 ist die Bibliothek. Aus diesem Grund sagt Hz. Fatima, unsere Imamat, unsere Wille ist die Sicherheit für die Menschen vor Spaltungen. Es gibt eine andere Überlieferung, die besagt, wenn alle Völker uns gehorchen würden, so würden alle Frieden finden. Wir müssen die schönen Worte der Ahle-Beet kennen. Wir haben die Überlieferung, wenn alle die Schönheit unserer Worte kennen würden, so müssten sie diese folgen. Taha Hussein, einer der größten Ägyptischen Wissenschaftler namens Taha Hussein, sagte er ganz deutlich, dass kein schöner Worte nach dem Koran gibt als die Worte Imam Ali ist. Aber leider ist bei uns Schiiten Nahdjobalara fremd, so wie Imam Ali selbst. Imam Musa Sadr sagte, unsere große Verpflichtung ist, dass wir mit unserem Verhalten, Imam Ali, den Leuten vorstellen müssen. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur mit Lehre-Worte handeln. Deshalb gibt es auch diese Aussage, keiner wird unsere Bevölkerung wirklich erreichen, außer mit dem richtigen Handeln. Deshalb müssen unsere Gedanken die beste Gedanken sein, unsere Moral und Verhalten die beste Moral und Verhalten sein, unsere Handlungen die beste Handlungen. Wir müssen so handeln, dass uns fair verdient, gesagt wird, das sind echte Bevölkerung von Imam Ali. Die Zunge der Bevölkerung von Imam Ali ist nicht die Zunge des Beschimpfens, sondern die Zunge der Liebe und Freundlichkeit ist. Dass manche Fernseher anstaltten mit Beschimpfungen, die Zunge verbreiten wollen, ist mit Sicherheit nicht in einem Verständnis von Imam Ali. Menschen verbreiten? Es ist, dass Sie nicht in einem Verhalten, unter dem Namen von Schiah, die Zunge schiwa, die Zunge sagt. Imam Ali sagt, ihr könnt niemals so leben wie ich, das würdet ihr nicht durchhalten können. Aber hilft mir, damit ich euch helfen kann in eurem Verhalten. Wie soll ich euch helfen? Mit Verhalten, Anstrengungen, Gute Werken, aber alles eben im Gute. Wenn Imam Mahdi kommen wird, der Imam der Zeit, der wird genau diese Verhaltensweise uns beibringen wollen. Wir müssen deren Worte richtig lernen, begreifen und dies an die anderen weiterleiten. Also, die Akzeptanz der Befachung von Imam Ali ist. Das ist nicht nur die Zunge, sondern sie ist die Zunge, das Herz und auch vor allem die Handlung. Ich denke, die wichtigsten Botschaften, die in dieser Veranstaltung gesagt werden müssen, sind gesagt. Wir sind in der Islamischen Gesellschaft in Hamburg, in der Zeit, dass wir diese Verhaltensweise mit dem Gelegenheiten und mit dem Gelegenheiten und mit dem Gelegenheiten arbeiten können. Wir im Islamischen Zentrum Hamburg wollen genau diese Wörtergang verbreiten. Und aus genau diesem Grunde ist die Islamische Akademie wieder aktiviert worden. Da jetzt auch viele Jugendliche hier sind, möchte ich das erwähnen, wer Interesse hat, sowohl in Form von Anwesenheit, aber auch über online-mäßigen Unterricht, sollen sich bei uns melden, bei dem entsprechenden Gelehrten melden. Ich möchte zwei Sätze noch sagen. Zum einen, dass Radir die Treuhendigkeit der Berufung des Propheten war, in Hand von Fürst der Frommen. Diese Treuhendigkeit ist in der Hand derjenige gelegt worden, der der beste der Menschen war. Die Immigration des Propheten war genau diese, die an Imam Ali weitergeleitet wurde. Und was war jetzt die Immigration? Die Immigration war zweierlei. Zum einen war die Immigration aus Mekka nach Mekka und das andere war später die Immigration von Mekka und anschließend zu Karbala. Wenn die zweite Immigration von Hussain nicht gewesen wäre, hätte man die erste Immigration vernichtet. Also unsere Pflicht, ist unsere Pflicht jena, dass wir unsere Immigration der Zeit immer macht, die folgen, so wie er es gesagt hat. Das ist die Verpflichtung von Ghaedir, die heute auf unsere Schulten lastet. Die Bevölkerung der Mekka und Wohlenheit. Das beste Bittgebet für uns ist zum einen als erstes Salavat von Propheten und seiner Familie. Und ich bitte als Vertreter der Mekka und ich alle den anderen Dua mit mir zusammen zu lesen. Bismillahirrahmanirrahim. 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 wassalamu alayna wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh